Das ist die Birthday Cake, da ich das Spiel komplett neu habe und noch nie gespielt habe, bin ich gespannt was auf mich zukommen wird. Ich habe den Nintendo 460 teilt, selbst bevor ich ihn bei dir gespielt habe, kann ich das. So langweilig bin. Können wir dann was von dem Kuchen haben? Ganz schlechte Leidenschaft. Da wir den ja nicht mögen, den Birthday Cake, muss dann natürlich komplett von uns aufgeputzt werden. Da können wir leider nicht teilen, Anu, das geht nicht. Wir müssen dem ja zeigen, wie sie wen hassen. Ja, ja, mach doch. Natürlich wangen die NPCs wieder an, ey. Vollarschig, ey. Let's go. Also stimmt, ich muss ja nochmal extra bestehen. Er ist schon ok. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du was vom Kuchen abhaben möchtest. Ich meine, der ist zwar groß, aber wir trampeln darauf rum. Also... Was machen wir ja öfter, dass wir auf Kuchen rumtrampeln? Ne, das ist richtig. Also ich weiß nicht, das hat dann schon ein... Also ich meine, das ist nicht meine Sache, ne, soll ja jeder essen, was er will, aber... Ist auch ganz schön warm hier. Nachdem ich darauf rumtrampelt habe, würde ich den nicht essen wollen. Also... Ich meine, der 1 gewirkelt. Dann kommt immer ja nicht direkt an den Erdkern vorbei, wenigstens das. Ja, Erdkern wäre schon nice. Ich müsste ja, glaube ich, Sternen klauen, ne? Und ich glaube, vielleicht hielt man jetzt muss man auf Bowser-Felder versus Felder, diese Chance-Time-Felder und auf die Cooper-Bank-Felder. Von all denen bin ich nur auf die Bowser-Felder gekommen. Ich fühle mich traurig. Also Eventfelder auch, aber... Ohne 8, ey. Wie geil ist es denn? Weil, Leute, ey, ich habe euch so... Oha. Oh, wie cool. Ich kann einfach direkt hier schon meine erste Blume pflanzen. Ich bin Hobbygärtner. Ich habe den grünen Daumen. Tada. Wäre schon cool, wenn die irgendwen... Ich muss sagen, aber mittlerweile, wie krass verwöhnt ich so bin, ne? Ich meine, wir haben 10 Charaktere und ich sage so, boah, sind da wenig. Ist ja kaum Auswahl. Damals gab es nur 6. Das ist gar nicht. Müsste einfach so reinwerfen, so random, so links, rechts, rechts, links und so, um Selina zu verwirren. Aber dann verwirre ich mich am Ende selbst, ne? Hm. Ist immer nur derselbe Button. Wage immer dieselbe Flagge, ist immer rot. Du Depp, ey. Oha. Oha, der Birdo ausgetrickst. Hm. Nein. Ich habe da noch nie gegen dich verloren, ey. Noch nie. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, das stimmt. Einmal, das ist der Master gewonnen. In der Tat. Ja, und das vorletzte Mal auch. Bei uns gewittert ist sie in der Tat. Es gibt Gewitter. Es gibt natürlich, dass ich nicht verlieren darf. Weil ich versuche jetzt jedes... Würde es noch nicht sagen, dass es gewittert. Es ist ja Donalds nur und wird schwül. Es ist noch nichts Positives passiert. Wenn wir plötzlich wieder weg sind... Wisst du bescheid. Wurde es schlimmer. Wurde es schlimmer. Vermisst die Sonne. Alle auf Blumen kommen, ey. Herr Haribo, wieso vermisst du die Sonne? Ich dachte, ich vermisse den Winter und den angenehm warmen Balkon. Wie meinen wir Angst um meine Sachen? Ja, geil, ne? So muss das. Kann ich schon verstehen. Kann ich ihn nicht mal ausmachen? Ich kann schon verstehen, aber... Als ob er jetzt kommen alle da drauf... Ach so, ist gar nicht mein Feld. War dein Feld, aber die Münzenklauer klauen noch einmal. Ich kann nicht zweimal. Ja, ne. Ich meine, ich kann zweimal. Nö. Doch, die kann zweimal. Ach, was? Keine Ahnung. Äh... Kann ich schon verstehen, aber ich glaube... Man sagt doch, ein Blitz schlägt nicht zweimal im Leben an derselben Stelle ein, oder? Also von daher hast du jetzt erstmal für den Rest deines Lebens... Ruhe... Du darfst nur nicht mehr umziehen. Gewinnen. Das habe ich noch nie gewonnen, ey. Das habe ich auch. Ge aber ich habe also also du hast sogar gewonnen ich darf nur nicht verlieren oder so ich weiß es nicht ich muss noch mal gucken endlich nicht wechseln wie der erfolg genau geht aber genau ich habe darauf geachtet immer wenn die rotblase größer wurde dann wurde es gefährlich wenn sie kleiner wird dann ist safe darauf habe ich mal so geachtet also die platz nur wenn sie größer wird es schon als es gibt da schon trägt man es ja wer glaube ich also darauf habe ich so ein bisschen geachtet mini games mini games ich weiß nicht wie weit mini games erschlagene logik klar als wenn mir ein blitz aufgegangen kommt nicht aufgegangen ja so muss dann sein da habe ich wirklich ja tatsächlich gib mir den stern und todette vorstelle ich vor ich nütze das zählt jetzt als offizielle niederlage das wäre heftig das vertraue ich nicht vertraue ich würde so weinen meckermacher nein ich wollte wissen wie weit meiner kommt wenn ich nur einmal mit einem propeller legen kann ich glaube nicht dass ich schneller war als schon meine hände sind so klick wie ich ja aber du bist auf platz 2 und meiner fliegt noch das geht noch eine weile also kurz werbung der fliege jetzt nach hause du bist frei kleiner einfach ich habe ja ich habe ja bei meinen stimmen du hast das ja noch gar nicht gespielt ja richtig ist das erste nachschauen du wärst voll und feier also vor allem wegen der hitze aber halt auch anscheinend ist es ohne also ich muss sagen wenn ich da und es wäre gerade so war also ich will als rosalina hier gesagt da scheiße jetzt auch ja wollte ich kriege münzen wie viele pflanzen hast du denn also ein flieger um der nur zwei mehr hatte sie auch nicht ach so das steht immer mit dabei wenn sie noch mal klauen kann da stand gerade sie kann noch mal münzen klar warum konnte wahrscheinlich weil die so viel geklaut haben jetzt ja fast nichts geklaut weil man ich hoffe ich würde irgendwas niedriges ja ich habe immer so ein pech auf dieser kacken map hast du aus aber auch was niedriges fast um die welt um die ganzen kuchen wo alle gegen würde das wird ja nicht bestellen ach das ist also da kann du einfach nicht gewinnen tut mir leid aber das mini spiel ist so gut der überlegen ob wir tot ist irgendwie macht nichts ohne scheiß in diesen einen modus wo wir tag team waren die mpc so heavy drauf und jetzt ist glaube ich ich glaube fußball ist nicht aus dem ding ist nicht ist fühlt sich nicht ich werde glaube ich genauso ich habe mich doch einfach hingelegt und sagt leute leute nicht so schön haben 30 grad im scharnier ich habe kein das geht runde 5 4 6 6 ja natürlich acht stück jahr als ob eine ozonenwarnung also ob der da jetzt rutscht euch will auch rutschen und wieder nicht freude ich hätte auch bockwunder zu rutschen ja aber du kommst zum ja ich komme immer zu bau sagt das heißt ich gebe jetzt einmal ein geld ausnahmöglichkeit custom dice block und biete und jeder ist als germany ihr bestimmt wahrscheinlich also wie schon manche kommen aus der schweiz manche aber nicht ganz so viele manche nicht aber genau ist es auch vertreten jedes mal ich habe da immer so ein pech ich verstehe es auch nicht das ist zugeleid aber es ist ja jedes mal wenn ich bin froh wenn wir die web durchgezogen haben sie da nicht mehr dran kommt fertig schon überlegt ich verband die bei mir einfach raus weil ich einfach immer diesen bowser weg klang hier immer ich verstehe es einfach nur sagen ich muss sagen ich habe auch noch nicht ich weiß ja nicht und du lächst ja alles auch einfach mal nachgucken ob du jemals es geschafft hast dann nicht lang zu gehen das ist so krass einfach das ist einfach so krass wie oft du da einfach ich bin jetzt halt auch wieder als erstes da gewesen heißt ich habe die freie auswahl bei allen dingern halt ich habe nichts nix machen ja ich glaube ich mpc gegen mpc also wir sind gegeneinander ich pushe die button wählen eh du hast keine chance hä Ich glaube, ich habe gewonnen gegen dich. Du bist gegen meine Armee von Bomben. Keine Chance. Da, das ist die Schweiz. Genau. Josef aus Österreich. Vom Nordpol. Richtig. Das klingt so, als hättest du was getrunken. Irgendwie witzig. Ganz wichtig, trinken Leute. Ganz genau. Wahrscheinlich habe ich das drauf. Ihr warm, trinkt Leute. Nimmt das, was ihr zu Ende kriegt. Ja, richtig. Das ist mein Grund, meine Grundeinstellung. Ich fange einfach morgens mit einem Bier an. Arbeite mich so langsam mit Sekt hoch. Und wenn ich ganz gut drauf bin, schließe ich den Abend mit schönen Wodka. So muss es sein. Scheinlich, was mich durchschaut. Ich bin grundsätzlich gar nicht nüchtern. Nüchtern hat man gehört, erträgt man mich nicht. Die inklusive Diakon trägst dich so oft. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, richtig. So muss ich das jetzt schon, diesen Glückswürfel zu nehmen. Drei. Neun. Ich könnte da auf das Glücksfeld kommen. Die Frage ist halt, würfel ich ne neun. Ich müsste eigentlich jetzt schon den Glückswürfel nehmen, um sicher so sein, dass ich da nicht draufkomme. Ich habe gerade das angefangen. Ja, das ist so gerade fünf Runden vorbei. Aber dann... Ich habe mir ordentlich auf. Eigentlich was am besten, wenn ich hier hingehe. Ich habe halt echt Sorge, dass dann halt so das Problem ist, dass ich dann vielleicht auch das Bausache bekomme. Andererseits ist es kackegal. Ich habe eh kein Stern. 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 Also gucke ich, dass ich hier draufkomme. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Und dann würde man alle sechs. Ich habe das schon gesagt. Ja, ne. Ich meine, hat ja auch nichts zu verlieren. Eigentlich wäre es auch klug gewesen, ne. Ich meine... Stimmt eigentlich, ja. Ne, aber ich mache hier überhaupt nichts spannend. Also ich meine, ich kann euch jetzt schon sagen, was jede Runde passieren wird bei mir. Ich werde hier rumlaufen. Werde, wenn es gut läuft, vielleicht mal einen Stern kaufen können. Zum klauen wird es nie kommen, weil ich komme nie wieder bei diesen Erdbeeren vorbei. Aber dann wird auch nie was geklaut. Wenn ich dann mal vorbeikomme, dann nur, damit ihr was geklaut wird. Guck mal, ich habe dich vor den Bausache Kuchen gerätet. Das war auch das Schlimmste, was wieder passieren konnte. Und darauf könnt ihr euch auch einstellen. Also das wird grundsätzlich immer passieren. Ähm, das ist einfach das Schlimmste passiert bei mir auf der Map, was passieren kann. Denn Mario Party basiert zu 99% auf Glück. Der Rest ist Können, der 1%. Und Glück habe ich nicht. Und das ist die glückbasierteste Map überhaupt. Und deswegen, ich komme auch eigentlich hier mal zu Bausa. Also, wie gesagt, das kann sich niemand... Bist du Birdo? Ach so, rum ist hier rein. Okay, ja, gut dann. Ah ja, klar. Okay, gut dann. Außerdem muss ich nicht immer was Gutes heißen. Ne, aber es ist, äh, die Map ist nicht umsonst meine Hass Map, weil es läuft einfach immer richtig kacke. Na, ich bin Joshi, ich nehme. Oh, Glückab. Warum schmeißt du den Dicken raus? Ja, Gott sei Dank, ey. Boah, endlich, ey. Weil wenn Birdo auch noch richtig gemacht hätte, wäre ich raus. Dann wäre es ein Schiff raus gewesen, ja. Uh, das ist richtig. So, wenn wir eine Abstimmung machen, welche Farbe sind? Nein, okay. Mann! Mann, das hat so lange gedauert. Ich dachte... Oh, shit, ey. Soll ich die grün lassen? Oh, shit, ey. Ich, 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 ich glaub... Oh! Ne weiß, wollt ihr auch machen? Wo ich sagte, grün schmeiße ich jetzt raus. Deswegen, ich habe erst überlegt, aber das ist jetzt... Ach so! Ich hoffe, ich kann so viel Glück haben, ey. Ach so! Ach, es resetet dann. Wie arschig ist das denn? Wie arschig... Als ob, ey. Soll das jetzt... Es kann nicht zweimal... Komm, es war gelb, es muss jetzt... Es kann nicht noch mal gelb sein, okay? Ich bin zu lachen, ey. Was ist das denn? Die haben einfach den... Das ist wie wenn im Restaurant eine Suppe... Äh, hier ist ein Harderen. Äh, ja, klar, wir machen... Was Neues. Einfach Copy-Paste, ey. Ich fühle mich mit Drogen veralbert, ey. Kann man von die Ebel nochmal hochkommen, Mann. Oh, Mann, ey. Wenigstens das, ey. Er ist ja NPC gewonnen hätte, ne? Das wäre wieder so typisch gewesen, aber ich muss sagen... Boah, ey. Ich mache jetzt diese Woche Mattis Taktik. Ich merke einfach genauso viel rum, wie er sonst immer. Und dann gewinne ich einen. Ja, hast du ja, der Minisher... Die Minisher hat ja schon mal gut geklappt, ey. Das ist ehrlich, ey. Scheiße, ey. Sieben Münzen. Er ist nix beigesteuert, ey. Natürlich, ich habe immer einen Grund gedrückt. Du hast keine Münze reingepackt, ey. Ja, und? Es ist ja dasselbe Minispielen. Du hast schon mal verloren, ne? Ja, sie sind. Volle Konzentration jetzt hier. Boah, schuppt sich hier. Wenn das Wasser direkt weg 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 durch durch durch. Ich habe jetzt Folge als Erfahrung, deswegen... Boah, wieso? Ja, ich bin noch nie runtergefallen. Ja, ich bin noch nie runtergefallen. Mann, das macht mich traurig. Ich bin heute voll schlecht. Wieso? Bommenspieler ist doch gewohnt. Achso. Ja, es hat ja so viel mit Konten zu tun. Naja, du konntest ganz gut den Wallys. Achso. Du konntest Treue beweisen, dass du deinem grünen Ebel immer treu geblieben bist. Es ist eigentlich eh kackig geil, dass ich Münzen gewonnen habe. Ich muss jetzt zehn Münzen wieder abgeben und komme wieder bei Bowser vorbei. Das ist richtig. Funfact, ich glaube, für mich war es Best Case. Ja, für dich war das Beste. Das war schon ganz nice, dass ich dahin kam. Also, hey, doch mit niemanden anderes. Aber ich hätte auch die anderen beiden genommen, deswegen habe ich es ja gemacht. Aber ich wollte einfach kein Geld zahlen. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, wo hast du das hin? Ich bin ein geizig. Oder dann komme ich hin. Also wenn du nochmal da hinkommst, dann bin ich traurig. Nur sagen dann, das ist schon, wenn du echt nochmal da hinkommst. Also, ich meine, wie? Ich meine es ehrlich. Irgendwann wird es einfach. Hört ihr mit, ne? So, Linger ist einmal da gewesen. Also, okay. Stimmt, ist schon einmal weg. Aber dann müsste man echt mal hochrechnen, ne? Mit was für einer... Wahrscheinlich... Als ob. Ich habe gesagt, ich merke jetzt einfach rum und übernehmen deine Taktik. Sonst bin ich einfach immer total positiv eingestellt und sag immer, ja, das wird schon alles und so. Aber anscheinend möchte Mario Party einfach, dass man richtig viel meckert. Was? Das kann ich nicht einfach tun. Okay. Oh, bitte. Ja, okay. Dann ist nicht mehr das Muschpit. O gesteilt Meine O. Nein, 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 nein. Unab. Okay, man kann nur drei mal haben. Oh, also worauf wir haben uns als ob das ... warum darfst du viermal ram ich glaube ich habe nur dreimal gerammt aber würde war einfach weg in meiner nähe also deswegen wurde jetzt gerade auch erwischt weil ich dachte du bist jetzt eh wieder klein also man ist eine beste also das ist zeitabhängig auch so es liegt nicht daran das heißt wenn ich auf nur rumstehst wird es aber money 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 jetzt kommt es eigentlich richtig was stimmt oha wie cool ist es denn wenn man gelder von uns jetzt eigentlich mittlerweile irgendwie nicht viel was wir noch nicht kennen einige also ich meine jetzt nicht nicht bei dir sondern hier und jetzt zusammen gerechnet denn das weiß ich nicht das ist mein fleck die alles weg mir so dein eigenes fleck ich hasse aber nee keine ahnung weil sie nicht aber dafür habe ich ja meine meine statistiken ich bin mir sicher wir bestimmt jedes gesehen außer diese passenden sports dinge ja wohl so muss das hier so kommt jetzt ist er weg kasse von für ist ja nicht weit gekommen der lümmel das ist einfach gleich den zweiten stern und ist alles nur weil du mit mir platz getauscht hast ich finde das hier das ist gar nicht fair das ist schon ganz schön hinter ist dich von dir so ich hoffe du lässt hier daraus lehre warum ist das spiel auf englisch welche auf englisch spielen ich habe christian gleich schlusser süßig wenn ich jetzt ein goldblock im buch kommentiert mit einem stern das ist schon cool so ist auch alle gegen dich so ich habe die dicken mario auf meiner seite der kann jetzt einfach nicht kann das nicht alleine tragen das bauzer kostüm an bei 30 grad im schatten ja und ich bin sie ja sind hier das spielgerät glaube ich vieles einfach alleine kann ja nichts dafür ermöglicht mich halt alle nicht mit mir wird keiner spielen ja warum wohl hallo jetzt muss ich halt eigentlich mal gucken lassen wo die ganzen pflanzen von den loben sind ich quatsch einfach YOLO ich quatsch einfach YOLO oh wie geil ist das denn einfach eine 10 gib mir einen stern so und dann kann ich mir doch nochmal einen farbblock gönnen soll der letzten so gut funktionieren das mache ich einfach nochmal und genau vor dem Feld oh ist das schön und ein Doppelwürfel oh ist das schön schön schöne 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 Runde ich freue mich ich habe einen langen brief geschrieben dass ich alle kinder lieben und hoffen mich weihnachtsmann hier nämlich man nimmt dann im rief auf da sind mal als ob du den liebes lieben nimmst das ist mein liebes auch gott sei dank ja einfach schon die hälfte rum ich muss sagen gibt schon glaube ich in n 64 gab es eigentlich noch coole maps also jeder hatte damit seine eigene map joshi hat die troben sind hier drin sind und peter den kuchen war er hatte so ein kriegsgebiet mit bohms die sich immer beschießen maria hatte so einen wolken links bis dann so wollen und regenbögen und so ich darf jetzt noch machen ach so das war meine diese klempner raum so ein klempner ding sie auch ganz cool wo die maschine nicht funktioniert natürlich glaubt er mir den neuen münzen direkt wieder mit dem platz ausspielen immer mit hallo muss nur meckern wirklich über das kreis szenario für dich ja aber es war ja nicht ganz so schlimm kann jetzt gleich wieder vorbei schon hat mir einfach noch mal jetzt machen uns vorsichtig ist und jetzt ich habe mich vorausgetanke und das gibt sogar schöne 20 lecker münzen damit war werde ich gerne ja das stimmt schon ein doppeldingens einsetzen wir können da würde da durfte kein item kommt schon die bitte zu bau sagen bitte 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 das ist leider leider mies da ist er dir nur noch ein korn übrig ne ja das erwischt zu 90 prozent nicht seit ich letztes mal auch so als er nur noch ein korn übrig hatte es gab nur noch zwei körner und ich hatte tatsächlich das glück dass ich gutes erwischt habe ja ich war aber auch die nächste die wieder bei ihm war alle anderen da haben sie sich davor irgendwie gedrückt ja ist doch gut dann brauchst du mal so lange hallo lass mich ja doch erst mal gucken das ist gar nicht gekauft das war so ich war jetzt direkt mit 10 ich bin jetzt auch noch mal sicher wenn ich will endlich meinen stern haben muss er sagen die map ist ja auch irgendwie so die langweiligste weil du würdest einfach nur gerade aus ja du hast ja nichts also wirklich du du leute du hast echt eigentlich nur eine stein beim kreis und einmal hast du die chance allerdings auszugehen du hast ja echt nicht so viel einfluss drauf zu weit wo ich glaube dass mir so gerade egal ich glaube ich habe mir die dreierwürfel ich meine du hast 86 müssen ganz im ernst ist eh krank egal ja richtig ja viel auswahl war jetzt nicht krass aber ich muss sagen ich dachte echt du holst ja noch das ist ein abloppt irgendwie nöööö das nicht hm squared away das heißt denn hier ja natürlich im normal ver sind alle mal gegen mich ja aber das hier mache ich jetzt easy ja aber das hier mache ich jetzt easy ja 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 und ja 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 schon etwas sagen ich glaube beim prät können wir die npcs echt auf hart lassen das stimmt weil ich meine beim seil ziehen das jetzt auch vorgemerkt dass du dann riesen nachteil hast natürlich den zweiten verstecken wir sagen ist so schnell ist es in 13 münzen natürlich drin okay das war schon traurig hatte 19 wir müssen ja so ist das leben dann knapp der nehmen so vorbei also würfeln wir einfach so ich rufe mir jetzt auch so einen wabblock auch nicht kann man sich ja mal gönnen sondern starten wir einfach mal direkt durch eine art sagt eine vier zack nur 6 und das ist ich kann meine begeisterung nicht fassen ich glaube ich ich meine stern sagen schon wird du got auch mann hängen zahlen weniger oder eine zahl mehr von so weh dann werden das mit spiel war immer so witzig ich weiß auch nicht ich dachte es wäre jetzt einfach wenn im teil oder so ne ne ich war ja zuerst im wasser also vielleicht damals früher wo ich ein kind war weiß ich acht neun jahre war ich da als ob die jetzt so eine pflanze pflanzen kann also ich muss sagen mit meinen münzen würde ich noch mal ein bauter vorbeigehen eigentlich clever geht doch schneller was uns war 30 münzen die abkürzung aber ich habe schickt den noch mal zu bau sei ich dachte ich könnte dir sprechen also ja 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 aber diesmal scheint die chance einzubringen ist man echt mal ausrechnen einfach mal so gucken aber dafür bin ich zu faul items was habe ich denn hier nur ein doppelwürfel mal lieber nicht sicher ist sicher scheiße und muss sagen ich habe schon mit denen was jetzt eben der fünf zur auswahl wie würdest du nehmen dann ist das sehr gleich den letzten dingen dann nehme ich lieber den ja wahrscheinlich hast du mich verarbeitet und du das gegen nehmen aber jetzt gehen dann werden wir ich habe einen block drin sein können mit einem stern vor 60 jahre ich bin mit vario sehr schön freue ich mich am besten so was wie wenn die alte lenkt der dicke muss paddeln ja also bitte wenn der das schaffte dann schaffst du das auch schon nicht dass hier muss ich ja noch mal kurz aufstellen so wie behindert ist also behinderten sinne meine ich sie ist halt voll gegen dich geflogen was die vor behindert ja ich muss sagen die taktik gegen euch zu fliegen bringt nichts weil dann wird man doch geschossen sagt das gehört weil ich meine die so blöd gefällt selbst gegen man das ist schon die dritte kanonkugel ganz ehrlich also wenn vierte ich sammle die ohne scheiß ich sammle die ein jetzt das sind meine ja merkt du wie scheiße würde ja merke ich schon vielleicht kann ich dafür nicht stark genug sagen warum paddelt schon ganz gut also der weiß wie man wählt oder so kack langsam ohne scheiß das macht mich traurig du musst es wenigstens lenken bei mir war ja direkt klar wer dann gewinnen also sorry aber bei bürde selbst so bescheuert was willst du denn ändern natürlich schwierig damals ging das so du konntest aber du kannst ja gut dass das ist neu dafür kann man das aber man konnte damals leute also npcs und so mittleren ändern kann überlegen ob ich überhaupt mein war abdingens nehme weil ich hab ja eh keine münzen das ist schon richtig ich meine war stattdessen mal ein doppelwürfel und drauf einfach mal das beste bringt das ja was ja da warte mal wo ist denn das bauzer fällt gerade ist es vielleicht sogar doof den doppelwürfel zu nehmen ziehen nämlich die normalen siehst du glücks fällt ich bin zwar gleich von bauzer auch noch mal aber danke dann kannst du dir noch gleich einsetzen mal gucken wohin ich jetzt komme okay ich komme glaube ich an den pflanzen vorbei das ist ein blöder block noch und dann wäre auch schade für spieler mini spieler 37 muss sagen ich hatte erst ein blick noch ein ich habe mich verzehrte zu machen das nein ich muss mal darauf vertrauen dass ich auch richtig zählen kann sie haben beide richtig zählen mir bringt es noch gar nichts ich kann dir die münzen alle also ist ein wach doch ach so stimmt also theoretisch gesehen kann sie ja sehr schnell wieder ja ich weiß nicht sind denn gerade alle eigentlich das können hier mal nach oben würde es auch da und ich bin links also theoretisch wenn du gemein wenn du mich dahin bringen würde es am besten damit börnungen weil die hat jetzt so ein ding ist naja ne werde ich gesagt richtig scheiße waren halt auch das ist das problem wenn ich dahin kriege ich halt kein stern ja ist mir egal ist mir egal ich will aber nicht dahin also bleibt schön nimm dir einen von den beiden deswegen ich glaube es ist kacke wenn ich mit den beiden tauschen bis zwei vor zwei pflanzen das ist halt auch kacke ja dann genau so solltest aber vielleicht irgendwas machen was er sich kriegen kann ganz schön die richter das war diesmal kann ich ja dabei wahrscheinlich was haben wir wenn im fünften feld auswahl bis dahin würde ich kommen bis hierhin und nicht weiter weiß nicht muss ich sagen ja komm da ist nur fun und genau das muss ich auch cool so muss das sei genau so wofür brauche ich denn eigentlich den entscheid würfel den ganz ich kann auch einfach normal dürfen das bekommen was ich will ja wenn ich den blitz bekommen habe ja flash form ist mit dem boxen mit dem boxen das hai ja wegen x ray nein ich bin auch da drauf aber ich bin hier drauf würde er About der darauf ist natürlich vor allem mit voller sieger pose ist alles vor allem ja ja kühl ich jetzt 20 hassen wir haben ja ich werde der krank sterben waren noch fünf runden ich sage es drauf gepasst er muss sagen 20 minzen ist das schlechteste was man kriegen kann wenn man so viele minzen hat wie er ja gut ist richtig und man hätte noch goldmünster goldröhre geisterglocke bekommen können also wie sie sagen ist das schon sehr allein was er bekommen hat ich weiß gar nicht mehr kriegen es ist dass das mädel aus welchen kreis ja die heißt aber nicht so sondern das muss die halt immer so ein juck in dudels ach so ja mal da und leider ich habe irgendwie das gefühl ich glaube kann doch einmal hast du mal vergessen das haben wir beide npc ist gefrostet war ihr zeigt nämlich auch nur die hälfte nähe bürger ach so war der zweimal gekriegt ja genau zwei mal der zweimal komponselina you can do it wobei ich habsen warrio 1 flash wario oder meinst du der ist ja auch ich bin der ist denn nicht bei dem wetter da ist definitiv nicht fresh der guck die mal wieder da ist es ja einer eistorte das wäre cool eine eistorte wie können wir denn so ein glück haben es ist das geht es war nicht schlecht wenn ich mir jetzt hier die kann hier angucken und ja wieder keine münzen ich kann eigentlich auch nur gewinnen beim chancenfeld nach aktuellem stand von daher gebe ich mir den selbst wenn wir alle münzen genommen hätte man sollte sowas passieren du bist doch ein glückspilz der auf dich auf wir machen das passiert schon sechs oder sieben weg wo ich glaube es mir egal mit ihren pilz den nutze ich auch gleich so ist meine schöne große blumen hier ein jawohl schön rein groß reingesammelt hier und da fühlt sich natürlich nicht dass ich irgendetwas wegnehmen möchte willst du so schwer loszuwerden deswegen die hat auch so viele toads um sich herum das kann ich nicht schade auch mal noch mal mit dem kontor sekunde mom bordo jetzt nicht ertrinken oder so ja genau weil die nicht noch gefressen werden konnten aber das erste mal dass ich das geschafft ja das ist so gut und so ein kram nicht weil sie die zehn münzen bekommen mal das minispiel gewonnen hat oder gerade auf platz eins ist nein sie freut sich so kann und dann einfach mal unsere jungen ach war ja weißt du deswegen mag ich einfach keiner auch so lange was sind los mit dir wüffel doch einfach mal über den schluss ich hätte mehr sprüche von dem tier das nicht glaub ich hatte nicht mehr sprüche akkus ich glaube ich hätte genau diese spräche die hat aufgezählt das wird sie immer wieder wieder holt jetzt auch ja nicht langweilig wird erst mal den normalen rechte sind nur noch zwei runden ja ich habe doch nicht genug mützen wo man sagt mal gleich voll auf dem lucky space haben jetzt aber was cooles bekommt 20 münzen zum beispiel dann hättest du ohne klasse ich habe ich krieg den größten scheiß der mal kriegen kann auf dem feld wie immer deine notiz deine notiz du hast die ex du hast dir eine notiz dazu gemacht mit allen sprüchen vor allem stellen gewöhnt kreis muss einfach mal und ich dachte ich habe ganz komische notizen ich kann nicht einmal glück haben wir sind in einem team guck mal wahnsinn großartig einmal sternen haben ich bin ich letzter werden ich mache nichts ich gehe wohl die und rälfte abding was er mit zu tun da ich bin sie eben oben außer dass gerade auch keine rolle also sie alleine machen soll auch guck mal wie ich abgesagt habe neu zu münzen davon habe ich bestimmt 17 gesammelt das glaube ich habe dich nur auf fliegen sehen also stimmt gar nicht habe vor viele münzen gesammelt muss ich stadt bälle gesammelt nein die habe ich überhaupt nicht berührt hast du dir hat mich auch noch nicht rausgeschmissen mal sagte ich beruf gestiegen kannst du diesen stern holen wenn sie in schnitzel kristen leber weil irgendwas wäre so cool wenn noch gleich eine an der drei runden und derzeit auf meine schöne pflanze kommen das wäre so episch das ist ja schön für sie ich hoffe ich würde sie können das bürde da draufkommt oha die macht ein upgrade nein wie cool da sind auf pflanze 2.0 ich habe eh keine sauer mehr vorbei außer barrio kannst du euch die kommen da nicht mehr vorbei nö wir sind zum bosen ja dann ja dann ja das stimmte nicht ich will auf dieses rote feld auf kein anderes nur auf dieses ist mir sehr wichtig als wie du möchtest war wie du möchtest ist okay gönn dir ich urteile nicht darüber jetzt war block machen können dann mit mir tauschen das wäre schön natürlich jetzt schon mal ein bisschen team play mal was machen können ich habe voll mit dir getauscht die plätze ja also ich hatte schon also ich fand das hat sie doch war ganz nice guck mal ich habe keinen einfluss drauf so toll äh b b b eigentlich ja nicht mehr so schlechten dann komme ich zur bau sagt wenn die gleich noch mal 10 minzen dann nimmt ja noch mal 20 minzen weg und dann habe ich mir noch mal den nächsten stellen sagt ich bin zu bau sagen ich glaube der hat nur noch einen kern ja er damit man muss sie auch mal gönnen hier außerdem vermisst mich bau sagt was er braucht meine liebe und zuneigung er gibt sich so viel mühe beim backen und beim kacken beim kochen natürlich mit der münzen weg aber egal wir haben jetzt noch ein mini spiel und alle reingeschissen haben ich komme auf ein rotes feld so bin ich mal gespannt wie krass wird ich werde die scheiße aus den wolken stampfen also so das regnet ohne scheiß 123 ich habe in der zeit wo die stampfen viermal gestampft ich glaube ich glaube ich will ja nicht sagen ich glaube es ist gar nicht so schlimm ich finde eigentlich sagt nicht so schlimm meine meine gruppe ist gerade eigentlich quasi wie folge ist ich mache alles alleine zwei dümpel da bescheuert rum und der vierte ist das connect ja ich muss sagen das beschreibt folge ist eigentlich ganz gut ich habe gewonnen ich weiß auch nicht wie man im mini spiel gewinnt keine ahnung ich weiß auch nicht wie das auf der wolke geht keine ahnung sobald mal der skater das kann dann kann er das ok zwei wunden auf meinem feld kommen ist los mit der ich glaube hier die wohnen da jetzt schon war jetzt würde man was geiles alles kommt richtig schön weit nach oben zu meiner blume ich hätte vielleicht doch nicht so weit durchsetzen können ich muss mal was gucken das wäre eigentlich gar nicht so blut auch immer kaum für den bonus denn auch so was ist das denn ja was soll man noch mehr sterne als ich so ein glück habe das verdient ich habe sonst die ganze ich habe gerade mit drei würfel 332 was ist das jetzt wird es krass spannend jetzt werde ich achtsam ich will das nicht ich kann nur gewinnen ja das ist richtig ich kann nur gewinnen ist mir money 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 oh ja ich habe lieber bürger genommen aber oh ja oh ja wahl schießt genau dazwischen was ist das sind für ein flieger team asozial zeigt ihm gleich was ist das hier ja ich kann auch nicht ich kann echt nichts mann als ob ich die nicht trefft dieser wahl wenn ich noch mal trifft war als ob du voll auf mich gemacht ist ich schießt gar nicht ich kann auch nicht auf dich zweimal ich muss mich einfach nicht dreimal rausgehauen irgendwann einmal ich kann man fangen auf mich damit klar wann der anhält wenn du schießt hast du nicht gesehen wie oft ich mich getroffen dass dreimal mal klappt angucken kann man nicht einfach fahren und wie viel müssen sie am ende gespielt haben ja ich glaube es gibt jetzt gleich und dann wird jetzt gewinner geworden ja schon aber war so sozial weil sich zock in die münzen ab und wofür ein bisschen täuschung so kommt bitte auf einfach meinen geilen da möchte ich jetzt auch mein blog nicht einsetzen ich hatte die hoffnung dass die beiden jetzt voll vorspielen oder so nicht damit den tauschen kann aber das ist ja richtig kacke habe ich keine lust drauf ja da muss ich noch mal jetzt meine leitung hallo Ich muss sagen, ich finde das lustig, dass du den noch einsetzen kannst, obwohl du als Letzter dran bist. Ist mir scheißegal. Es geht nicht darum, dass du würfelst. Als ob du keine 6 kriegst. Natürlich nicht, ey. Ich hätte dir das zugetrieben. Ja, du hast mir nicht gegönnt. Du hast mir nicht mal das Minispiel gegönnt. Hallo. Sniper Selina. Hallo. Nice. Akkus, sehr schön. Schön, dass es festgehalten wird. Aber da kannst du dich nicht mehr rausreden. Das ist mein Reiner Zufall. Reiner hat nichts damit zu tun, ja? Doch, das ist alles Reiner's Schuld. Nein. Oh, doch. Mann, Börlo. Mann. Nein. Oh, ich muss mal Börlo. Nein. Börlo ist die Börlo. Börlo ist die Börlo. Nein, als ob wir da nicht mit reinkommen. Ich reiß da aus. Ich habe voll wenige Münzen bekommen, ey. 15. Dafür sind zwei Säcke, ey. So, was sind die Bonusstern? Oh, 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 oh. Der erste ist... Rich Bonus. Es geht immer ums Geld. It's all about the money. Den kriegst du. Ja, wir wollen natürlich das Krieg sehen, ey. Habe ich hier auch verdient, ey. Und der zweite ist... Bowser Space. Da sind, glaube ich, nur zwei Leute draufgekommen, ne? Ich glaube. Nur du. Ja, siehst du mal. Und Manu, ich habe noch überlegt, mir den Giftpilz zu geben und auf Bowser Fall zu kommen, ey. Und ich dann nur so, nein, zu risky, ey. Aber ist doch kacke, egal. Also werde ich zweiter und du bist erster. Passt doch voll. Na, trotzdem. Haben die NPCs voll ausgespielt, ja. So muss das. Jawohl, victory is my destiny. Wollte ich aber echt nicht voll wegschießen, ey. Das ist mir so schwierig. Ist doch egal, das ist mir nicht viel. Ich fand es aber trotzdem lustig, ey. Ach so, ich darf nur extra bestätigen, ja. Aber das Bild ist voll schwierig, ja. Und draußen schmelzen viel Erfolg, Akkos. Viel Spaß oder so, Akkos. Also ich glaube, Erfolg ist, äh, der ist sowieso sicher. Ey, das ist ja eh zufällig. Haha, nice. Schein. Can do it. Guck mal, seht Rosalina vorher dich so an. Nice. You can do it. Do it. Do it. Do it. Wow, wow. Okay. Muss ordentlich durchziehen. Einfach voll drauf. Hm. Ich wollte nur rausprich. Das kann doch nicht. Es ist so ein Scheiß, ey. Boah. Ich bin froh, dass du auch runterfällst. Ich bin traurig, dass ich runterfall. Oh, ich stehe. Boah, wie kann man denn nur so schlecht sein, ey? Ich bin froh, dass du auch nicht mehr durchlebt hast. Ich bin froh, dass du auch nicht mehr durchlebt hast. ja man mal noch mal ne man jetzt einfach durch jedes mal abbrechen ist nicht wenn jetzt einfach durch machen oder mann das erste mini spiel hat alles in folge ist doch egal so langweilig jetzt jedes mal irgendwie langsam besser verstehe wie es funktioniert ja wir haben jetzt heute mehr reingeschissen setzen das kann wie du für mich erstellen ja das hat mich okay das war wie letztens die ersten beiden gewinnt sind dann wollen wir auch nicht hier meinst du ja klar du wirst ausruhen oh da haben die keine chance machen die voll Ich glaube, du hast mich gar nicht getroffen, sondern nur den Stein. Echt? Boah, danke für den Sperren, Amigo. Jetzt hast du mich getroffen! Und jetzt der Große? Ja. Nee, okay. Jetzt musst du gleich der Große kommen. Ja, da ist er. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was der Unterschied ist zu springen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist kein Unterschied. Tja. Voll abgeräumt. Oh, eigentlich, er ist mein erster Stern hier. Und das ist auch so. Oh, schon wieder. Mhm. Asozial, ey. Nein, ich habe noch nicht getroffen. Soll das denn, ey? Nee, nee. Das war doch noch nicht getroffen. Na, es bleibt rosa. Punkt. Diskussion beendet, ey. Die dominieren hier ein Pfeil. Nein, nein. Ich meine, nein, 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 die bleiben alle. ein starb ist bleibt alles so wie es ist man es wäre so schön gewesen eben an einfach alle rosa ja schon naja und jetzt jetzt ist einer blau ist hier der 2 ist bestimmt traurig ja pech seine entscheidung jetzt ein fahrer wir waren wir waren voll gut hier einfach zu gut es geht als gut bei dir aber ansonsten an dieser schönen kühlen eishöhle kreppkott brechen kreppkott brechen ja egal 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 wir verpassen irgendwie immer den vor allem irgendwie links links ein bisschen nach rechts vorsichtig 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 turbo jawohl aber den ersten verpackt dann wie immer irgendwie ja so wie würde nur so ein hallo ok was machst du denn da links versuchen aber da hat keiner mitgelenkt wollen sie gucken ich war der einzige der links gelenkten wir hatten vorher voll den guten kurs und dann hast du einmal von der rechtsgelenk das habe ich nicht verstanden dann wollte ich wieder nach links ich habe geleistung hatte spaß meines lebens und dann merke ich es nur wie die und dann wohl wieder nach links besser geht es jetzt arbeiten wir da jetzt ist scheiße draußen er das glaube ich war voll einkaufen und dann wo ich bin froh er werde anders aus welch schneller was machst du denn da einfach so mitten hier müssen wir schön im rand immer lang und rein arbeiten so ist wie man pizza ist hier noch noch so ist man pizza zu viel bewegen okay und rechts links rechts links rechts links 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 rechts links 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 mIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGNIPGN nicht aber im tag gemacht das geht so nicht doch nicht auf dem tag gemacht kurz immer weiter 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 auch schädlich du draußen aber das werden ja okay aber du kannst fangen ist okay aber du kannst manchmal nicht werfen so wie der den hätte so fangen können alle fangen hier fliegen genauso muss es einfach probieren mal probiert wenn du sagen meine füße wirst kann ich aber nicht ich hätte alle gefangen okay schön durch pumpen dann machen wir okay ich habe hier noch nicht vorliegt nur schneller wedeln dieser ballon ok das heißt noch eine kanone aufpassen aber das geht schon ja auch hier das passt das passt also ich nenne da geht nicht mehr denn ein oder schilder werden vor den krassen rückball aufgestellt ob ihr wählt es wieder solcher ist einfach wählen weder schnell sehr schön geht schneller es gibt schneller ich kann auch nicht zu schnell weil sonst habe ich immer nur so ganz kleine flügelbewegungen ich mag dieses kaiser alles gar durchgezogen so müssen wir die platten machen ohne sind wir nicht mehr muss okay das ist auch gut ja das kann gut durch punkt dann geht das am besten finde ich so ja definitiv ich weiß gar nicht was das mit dem 1 gegen 3 modus ist ob wir das auch machen können sollen ich weiß nicht was wir da machen müssen ich möchte erstmal den modus packen also gut das nicht aber es ist ja total scheiße das nicht vor mir sein das ist ich glaube vor mir so weiter vorbei ist muss man weg weil sonst wenn ich den rettelknatter gegen dich geworden ist ja richtig und scheiße wie wir jetzt hier die mini spiel werden vor die krassen von die krassen über los also mini spiel das schon wieder klasse war ich habe etwas nicht sagen ich hasse ping ich bin ein lärge ich bin ich wollte ein rematch wenn wir von als ob der eine kummer noch komplett ungefähr war haben wir eigentlich die diskriminierung hier wo war diesmal sogar noch besser damit sehen wenn man einfach nur eigentlich gekriegt der wird jetzt einfach zusammen mit den anderen so wahrscheinlich jetzt von der blau ist wie in legendarkäos mit diesen schnecken der ein pokémon war ja der progleichsantrag die dass die sich gegenseitig diskriminieren die firma gewonnen haben wir das denn wir spielen das mit vario zusammen und das ist quasi immer gegen uns okay wenn wir vor und die pfeifen sind okay tatsächlich ja ich bin aufteilen war wie wenn man muss sagen ist gut dass er auf dich immer gegangen ich konnte ihr ganz gut so ein kruder einfall sind bei war ihm dann halt am ende voll im weg war du hast du dir ein ziel schieben müssen hinter y oder x ok dann gehe ich hinter sie oder er war hier kommt schon das so ein glücksspiel brauchen wir ein drittes los mit die ok ok ich gehen das haus ich bin in einem stein also wenn jetzt gewollt also wenn sie immer die wählen müsste die falschen also ich soll ich auch wenn das so mal so richtig am ende auch da wo das wir einfach traurig es wäre richtig traurig fahren weil sie jetzt wahrscheinlich auch das haus nimmt ja bei barrios wieder bei dir eigentlich von nervig was will er endlich verstehe es auch von der früge dann wie ach so habe ich steigen glaube ich immer weiter auf oder so ja wahrscheinlich ich muss sagen ich verstehe noch nicht was das mit dem was jetzt aber wir waren vorher auch keine ahnung wenn wir da jetzt rausgehen wenn wir wahrscheinlich wieder b-rang sein oder ja doch wenn du es war meine seite du bist einfach zu mir gekommen das stimmt überhaupt nicht ich bin halt auf meinem viertel geblieben diese ich bleibe jetzt hier in meiner ecke ja aber ich habe halt rechts oben gestartet irgendwann und ich links oben und dann warst du bei mir links oben nein ja weil wir das zum ersten mal jetzt gespielt haben das spiel ja herr weil die anderen so da steht doch ja ich glaube ich hoffe dass er bau sein junior rauskickt jetzt hast du platz das platz hat und jetzt ist ein ja man sagte noch mal auf oben hier stehen die ränge aber wonach wird das jetzt jetzt kriegen wir sagen gewertet je öfter wir das spiel machen desto höher wird diese spiegel ringt glaube ich da also für mich ist ein herr ihr wart jetzt richtig gut in dem sowie in dem supermarkt stehe ich nicht da ist ja jetzt irgendwann mal den nächsten modus hat ich bin ja jetzt echt schnell kann man doch kann man denn nur so näher wie kann man denn so bescheuert sein denn das ist doch richtig dumm so ein witz das ist gut gemacht war ja ist gut wie man wird es ein eis oder so barrio ich bin ja auch keine ahnung oh Ich weiß nicht, ob man... Ich muss jetzt b-rang sein. Challenge, achso. Kann man ja so nebenbei... Okay, machen wir gleich. Eigentlich kann ich das nebenbei machen. Ich muss ja nur a-spammen. Ich sehe gar keinen Einschluss. Okay, also wenn wir überall a-Rang haben, dann kriegen wir einen s-Rang oder wie? Ah. Okay, also wenn wir überall a-Rang haben, dann kriegen wir den s-Rang. Wir haben ja vorhin fast geschafft, jetzt nicht mehr, weil du gerade verkackt hast, weil ich nicht sound-Dings. Wir machen das letzte Spiel, wenn wir überall a-Rang kriegen, dann... ...bitter. Naja, gut, ist jetzt auch B-Rang, warum auch immer. Keine Ahnung. Ne, hier habe ich ja auch verdattet. Stimmt. Ich glaube, vielleicht meinst du es im ersten... Mann, Wario! Ich hasse dich, Wario! Ich hasse dich! Boah, ey, der ist nur im Weg, ey, der ist doch nur im Weg, ey. Boah, ey. Boah, ey, jetzt... Hoffentlich carryst du uns da wenigstens durch. Wario! Ich hasse dich! Boah, was ist denn mit dem los, ey? Er ist halt einfach nur ein Weg, ey. Bullshit! Also, dass der gar nichts... Der ist... Der ist... Der ist halt... Er ist halt kein 3 gegen 1, sondern es ist halt ein 2 gegen 2 gefühlt. Ja, das ist... In einem Spiel, was auf 3 gegen 1 ausgelegt ist. Es ist halt leider so. Boah, ey, die kann man nur im Weg, ey. Oder kommt so aus dem Untergrund der absoluten Bullshithaftigkeit, ey. Hasse dich, Wario, ey. Du bist gefeuert, ey.